Im verfliegsten siebten Jahr ein Duo wird. Premiere, Fernsehpremiere heute im deutschen und österreichischen Fernsehen. Christine Stark und Matthias Reim. Viel Spaß! Sie haben dich vor mir gewarnt, dir spielt doch nur mit dir. Ich hätt an jedem Finger drei, an manchem sogar vier. Dass ich für dich in deinem Handy nur ne Nummer wär. Für eine Nacht hältst du mich hoch, dann kennst du mich nicht mehr. Und wenn die ganze Welt dich für ein Mistkerl hält, ich nicht. Und auch wenn jeder glaubt, dass du mein Herz missbrauchst, ich nicht. Ich wusste gleich, du bist kein Typ, der nur ein paar Minuten liebt. Und auch wenn jeder meint, ich hätt ein Herz aus Stein, ich nicht. Was man dir über mich erzählt, hat dich kein Stück schockiert. Weil ich auch selbst kein Engel bin, hat mich nicht interessiert. Es reizt mich noch mehr, dich zu kriegen, je mehr sie schreien, pass auf. Ich lass dem Schicksal jetzt mit dir ganz einfach sein im Lauf. Und wenn die ganze Welt dich für ein Mistkerl hält, ich nicht. Und auch wenn jeder glaubt, dass du mein Herz missbrauchst, ich nicht. Ich wusste gleich, du bist kein Typ, der nur ein paar Minuten liebt. Und auch wenn jeder meint, ich hätt ein Herz aus Stein, ich nicht. Und geh ich's an und knalllos unter, dann hast du's wenigstens riskiert. Ich hab schon immer alles gerne ausprobiert. Und wenn die ganze Welt mich wie ein Mistkerl hält, ich nicht. Und auch wenn jeder glaubt, dass ich dein Herz missbrauch, ich nicht. Ich wusste gleich, du bist kein Typ, der nur ein paar Minuten liebt. Und auch wenn jeder meint, du hätt ein Herz aus Stein, ich nicht. Und auch wenn jeder meint, ich hätt ein Herz aus Stein, und ich nicht. Christine Stark und Matthias Räum, vielen Dank euch beiden!